So, ich war kurz weg und habe das Spiel auch neu gestartet. Jetzt, oh ja, wesentlich bessere Schatten und mehr Kantenglättung. Okay. Äh, lol, texturlos, fcb, btf. Hm. Hahaha, ein Schnürwurz. Ach du Scheiße. Naja, könnt ihr lesen, könnt ihr alles lesen. Ich wollte es ja nichts machen. Ach du Scheiße. Woher kommen die Geräusche? Okay. Sonderwechsel. Sonst ist es hier nichts. Oha. Oha. Okay. Die Skelette an sich haben mich ja nicht erschrocken. Ja, aber die Effekte, ne. Puh. Okay. Wo ist das auf irgendwas hin? Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Erstmal wieder alles reinräumen, weil sicher wird sich jemand noch über diese Unordnung ärgern. Und das wollen wir ja alle nicht. Jetzt geht doch mal rein hier. So. Dann du auch noch. So. Hm. Nach einer kurzen Studie ist klar geworden, dass die Gemütserregung des Hundes auch im Hund gefasst werden kann. Die Furchtungsschmerzen ist auch schon, dass der Männer gehört. Das deutet auf irgendwas Sinn. Vielleicht muss ich ja einen Stuhl nehmen. Aha, okay, wir müssen hier rüber, ach, Lammmüll, Bäume, Bäume, da, 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 Teil eines Bürgers, ach, muss ich doch alles sammeln. Das ist immer irgendwas, ey. Das geht ja noch durch hier, der Junge, und dabei hat er nur leichte Kopfschmerzen. Ich sollte mal wieder nachfüllen. Notfallverlangsamer. Okay. Ui. Wann bin ich an der Reihe? Habe ich mich nicht lange genug zurückgehalten? Meine Geduld wird schon Jahrhunderte. Wo ich herkomme, wird die Menschheit dir keinem Wort erwähnt. Und ich verbeuge mich vor dir. Doch, ja. Und ich habe so viel für dich gewonnen, allerdings, äh, ich vertraue dir, blablabla, okay. Hm, so ein Wort. Kammersteuerung, Verwendung von Dampfenergie für den Aufzug. Schematischer Aufzug. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Pläne Aufzug zum Bau. Dankeschön. Ach, ich werde gleich krank ein Monster. Da hole ich mal die Tür zu. Überall kaputte Zahngäder. So. Wenn der Aufzug wieder kaputt ist, boh, mit dem Dampfmotor, Druckaufbau, vor der in die Maschinergie Einsatzstelle, den hier besonders geregnet hat, meine Drückglappla. Verwendungsanzeige hoch 8 und unter 8, okay. Okay. Alle Stäbe, okay. Strömungskreislaufstab. Interessant. Okay. Sonst ist hier nicht wirklich viel. Oh, ey. Du gehst ja noch durch hier, Junge. Sonst ist hier nix, nix, nix. Da müssen wir anscheinend wieder zurück. So, jetzt komm. Ui. Die Bäume fallen wie dumm um. Was ist das denn hier gewesen? Okay. Mal gucken. Hier ist uns nix eigentlich, oder? In den Bäumen. Oso, ich sehe keine Monster. Das ist schon mal etwas. Okay. Okay. Ich sehe, dass du schon den Kopf turnst und Hände zittern. Was ist das denn? Ey, das sind doch leere Texturen, oder? Mensch. Gehen wir wieder zurück. Es scheint nix mehr zu sein. Maschinenraum. Hm. Hier war ich aber schon. Gut, gehen wir in die hintere Halle zurück. Er blätterte das, äh... Er durchblätterte das Buch der Monarchen, suchte nach Radierungen und zählte. Neun verschiedene Könige aus ganz Europa wurden mit einer Kugel in ihrer Hand dargestellt. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gelesen. Gut. Es führt keinen Weg weg. Ich muss da unten in den Raum. Sonst ist es hier nix, oder? Oh, Flashback. Und da unten in die Hände. Ich habe es gerade dabei. Ich danke dir. Rodriguez. Oke. Kontakt.